Wenn das mal kein Buffet ist. 63 verschiedene Speisen haben wir gezählt und das ist nur die kleine Variante. Wenn Sie im Göbels Hotel Quellenhof in Bad Wildungen sind, dann sollten Sie schon Hunger mitbringen. Und nach dem Essen sollst du ruhen und dafür muss man keine tausend Schritte tun, denn im Quellenhof gibt es nicht nur richtig gutes Essen, sondern auch einen richtig guten Wellnessbereich mit ganz besonderem Charme. Ja, unser Wellnessbereich selber ist auch wieder im Stil an das Haus angepasst worden, also im Bereich des Jugendstils, sehr elegant, zeitlos gehalten, gehobener Standard. Wir haben vier Saunen, einen Hotelpool und viel, viel Relaxfläche, Ruhezonen, Ruhebereiche und Ruheräume. Das Haus selber ist eine historische Villa direkt an der Brunnenallee, der Flaniermeile Bad Wildungs gelegen. Natürlich sind auch die Zimmer ganz im Jugendstil des Hauses gehalten. Bereits das Standardzimmer macht einiges her. Aber richtig edel wird es dann in der Suite. Stuckdecken, extra Schlafzimmer, richtig viel Platz. Und am nächsten Morgen geht es beim Frühstück kulinarisch weiter. Da geht es aber leider nicht so üppig zu. Wir haben gezählt und kamen auf nur 47 verschiedene Angebote. Untertitelung des ZDF für funk, 2017